Es raschelt und tut und da hinten und man sieht nichts und hallo und uh, da sieht man was, gell? Hinten Vollversammlung. All die erkunden schon fleißig einen Käfig. Wo bist du unten jetzt? Oh, da kommt jemand runter. Da ist jemand im Papier. Chefchen. Guck, guck, Putschi. Putschi, komm mal her. Putschi, Putschi, ja Putschi, bist du da? Putschi, schau mal was da ist, da kann man reingehen. Putschi, ja da kann man reingehen. Die Hängematte, da kann man auch reingehen. Wer ist denn, der hat ein dicker Brainy? Der kann nicht alles verhalten. Du bist ein Brainy. Nein, nein, nein. Der hat ein dicker Brainy. Der hat eine Kinnahstaube noch. Also hör auf dich selbst zu dem. Dann ist schon ein bisschen drauf. Nein, nichts? Nein, nichts? Nein, nichts? Nein, nichts? Nein, nichts? Nein, nichts? Guck, guck, kann er mehr da? Da hinten ist er. Putschi sieht man jetzt nicht. Sieht man nicht, wie der Putschi da runter geht gerade. Starker, doch, da ist auch schon einer, gell? Ja. Ja, da sind zwei da hinten. Ja, da geht er gleich runter, hä? Ich habe nochmal ein Haus, gell? Ja. Da ist eine Treppe. Ganz unten ist nochmal ein Haus. So fast jeden ein Haus, hm? Hä? Komm her. Komm her. Komm her. Komm her.